Ja, alle Katzenliebhaber wissen, eine Katze besitzt man nicht. Eine Katze kann man nur begleiten. Und ja, in diesem Sinne herzlich willkommen bei uns, bei welcher Name im Bereich zu den Katzen, zu den Stubentigern. Sie haben bereits eine Katze und suchen noch ein paar Tipps und Anregungen, dann finden Sie diese auf unserer Seite. Oder Sie haben die Überlegung, eine Katze sich anzuschaffen, entweder als Katzenbaby oder auch aus dem Tierheim. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch dazu bieten wir Informationen auf unseren Seiten bis hin zur Namensfindung. Also, welcher Name soll es denn sein für eine Katze? Welchen Namen gibt es? Was sind so die gängigen Namen, die beliebtesten Namen? Und da haben wir auch einige Listen zusammengesucht, zusammengestellt und hoffen, dass sie Ihnen weiterhelfen.